Hallo und herzlich willkommen zu... Ja, was ist das hier eigentlich? Ich denke, es wird sowas wie Demo angezockt oder sowas heißen, aber ich bin ganz aufgeregt und ich bin in freudiger Erwartung, denn für die erste Folge in diesem Format haben sie extra nur für mich die Demo von Pioneers of Pagonia rausgebracht. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist von einem der Siedlermacher, der Original-Siedlermacher und da ja Ubisoft Siedler aufgekauft hatte und die jetzt so ein Spiel rausgebracht haben, das Siedler werden wollte und es nicht geschafft hat und eine pure Enttäuschung ist, hat er zeitgleich an einem Spiel gearbeitet, dass das Bedürfnis, was die Leute nach einem neuen Siedler hatten, befriedigen soll. Ich habe bisher nur Gutes davon gehört. Er war mit seiner Demo auf der Gamescom und es gab sehr, sehr positives Feedback und das Spiel soll im Dezember, ich glaube am 12. in den Early Access starten und jetzt ist eine Demo draußen. Es gibt, glaube ich, drei Karten. Man kann pro Karte 100 Gebäude bauen. Man sollte zwei bis drei Spielstunden pro Karte ungefähr haben und eine davon werden wir heute machen und ich freue mich sehr. Also, noch als kurzer Hinweis, ich bin sehr erkältet und hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird. Sollte es zwischendurch mal ruhig sein, dann putze ich mir die Nase oder huste. Ich habe hier einen Tee stehen, ich habe Gelo Revoice da. Let's fucking do this, okay? Also, erst mal bestätigen. Ich muss sagen, ich bin bei der Musik einfach schon voll dabei. Für mich ist die Musik grandios. Ich liebe es jetzt schon. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es gleich im Spiel wird. Was haben wir denn hier? Äh, Spielladen, Karte ergiebiger Waldleicht, Karte Volsland, Grasland. Karte trockenes Gestein. Option. Upscale Video. Ähm, okay. Okay. Reichweite, keine Ahnung. Vollbild, Triple Buffering. Wir müssen mal gucken, ob er V-Sink gleich ausmachen. Aber das sieht erst mal gut aus. Audio. Ah, ja. So. Speisern. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen feuchtes Grasland. Oh, ergiebiger Wald. Ah, schwierig. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck und du bist weg. Es wird feuchtes Grasland. Auf geht's. Auf eine Reise von Pioneers of Pagonia. Für mich ist Siedler tatsächlich, ähm, Kindheitserinnerung. Ich denke, das wird vielen in meinem Alter so gehen. Ich hab damals mit Siedler 2 angefangen, hab dann durch meine Tante Siedler 1 noch kennengelernt. Ich hab Siedler 3 ziemlich hart gesuchtet. Hab das 4er noch angefangen, aber dann nicht mehr so wirklich gespielt. Und dann gab's das 7er, wo man so, ähm, auch online gegeneinander spielen konnte. Das hab ich mehrere Jahre tatsächlich exzessiv während meines Studiums auch gespielt. Ähm. Und dann hab ich mit dem Stream angefangen, hab Siedler verloren. Und hab immer darauf gehofft, dass sowas mal wieder kommt. Und here we are. Karte bewegen. BASD. Zoomen. Okay. Uh, uh, uh. Karte drehen und kippen. Delete. End. End. Page up. Ah, perfekt. Okay. Alles klar. Gucken wir mal. Also, wir haben ein Schiff, wir haben einen Steg. Äh, bestätigen. Und wir haben etwas Land. Gucken wir uns das Ganze erstmal an. So. Okay. Okay, hier haben wir irgendwelche Sträucher. Himbeeren. Laubholz. Finde ich schön, dass es dran steht. Nadelholz. Okay, es gibt unterschiedliche Hölzer. Ist hier gerade ein Tier gespawnt? Also, ich muss sagen, es gefällt mir schon mal optisch ganz gut. Aber das Wichtigste ist natürlich, hat es den gewissen Wuselfaktor? So, Ziele. Entdeckerposten bauen. Wachtürme bauen. Holzfällerhütte bauen. Steinbruch bauen. Sägewerk bauen. Was haben wir denn hier oben? Gibt doch bestimmt einen Pause-Button irgendwo, oder? Ähm. Bin ich jetzt gerade auf Anhieb nicht. Also. Wir haben null Unterkünfte. Wir haben 40 bereit für Arbeit. Planierer und Zimmerer. Wir haben 120 Holz. 120 Steinen. 120 Grenzsteine. Kupfer. Kohle. Okay. Okay, ich würde sagen, fangen wir mit den klassischen Sachen an. Holzfällerhütte. Steinbruch. Sägewerk. Steinmetz. Oder? Wir müssen gerade mal gucken. Hier können wir noch nicht so sehen. Da ist aber auch Küste. Da wird uninteressant sein. Wir werden wohl uns hier irgendwie durcharbeiten wollen gleich. Ähm. Ich hoffe so sehr, dass die Lautstärke von dem Spiel okay ist. Also bauen wir mal. Was haben wir hier? Wachturm Entdeckerposten. Holz. Es sieht sehr hübsch aus. Okay. Der Snap da dran. Werde das doch mit Sicherheit irgendwie drehen können, oder? Gebäude platzieren. Gebäude drehen. Ah, okay. Mit rechter Maustaste gedrückt halten. Sehr schön. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, wir müssen ja auch Wege bauen. Wenn wir hier so eine Straße lang bauen würden, würde mir das hier schon ganz gut passen. So. Wobei, wenn wir den hier mittig machen, könnte der sich an beiden Wecken machen. Wäldern bedienen, ne? Machen wir das mal so. Okay. Huh, erstes Haus gebaut. Äh, natürlich brauchen wir ein Sägewerk. Ähm. Das würde ich tatsächlich dann hier vorne dran machen. So. Vielleicht hier lieber. Ähm. Mach's mal hier hin. Ich hab, ich hab ne Vision. Ich weiß nur nicht, ob's klappen wird. Forsthaus, Steinbruch und Steinmetz stand da, ne? Ah, Steinbruch bauen, ja. Genau. Der wird hier oben gebraucht werden. Ah, guck mal, er zeigt mir an, wo Stein ist. Also ist hier oben schon mal ganz gut. Da ist der Grenzstein. Ich vermute, dass man hier hochgehen kann. Also versuchen wir ihn mal so weit wie möglich da in die Ecke reinzusetzen. So. Und ein Steinmetz. Ich überlege gerade, gab es das früher auch, dass man einen Steinbruch und einen Steinmetz brauchte? Stellt her Werkstein und Grenzstein. Okay. So, den stellen wir direkt hier in die Ecke mit rein. Äh. Dann haben wir das. Jetzt müssen wir natürlich nur irgendwie einen Weg bauen, schätze ich mal, ne? Wie flexibel sind wir denn da? Wegpunkt hinzufügen, letzten Wegpunkt entfernen. Zum Bestätigen, letzten Wegpunkt anklicken. Okay, also der macht das schon so, also die Knicke macht der schon einen gewissen Teil selber. Ich weiß jetzt nicht, was diese Dinger da drum bedeuten. Äh, das kann ich gerade noch nicht sagen. Würde jetzt mal so machen. Warte mal, hier so hin. Ah, das ist schön, dass er sich den Weg genau da vorlegt. Das finde ich gut. Ähm. Okay, den Weg haben wir gebaut. Dann hier lang. Hier lang. Oh, guck mal. Habt ihr gesehen? Es ist gelb. Jetzt wollte ich eigentlich den... Der snappt hier dran. Aber wenn ich durchgehe, zeigt er mir auch an, dass beides begangen wird. Das ist mega gut. Das finde ich eine tolle Anzeige. So, Standard-Info hier unten. Ähm. Jetzt heißt es warten. Ich sehe nichts, wo ich irgendwas schneller stellen kann. Vermutlich wird irgendwann hier mit reingebracht werden. Das sieht schon schön aus. Könnte, könnte mir sehr gefallen. Ah, das sieht gut aus. Finde ich cool, dass die Sachen wirklich auch vom Schiff diesmal runter tragen. Das, äh, ist sinnig und ist hübsch. I like it very much. Entdeckerposten bauen und Wachtürme bauen. Wachturm. Brauchen wir zwei. Und nochmal groß. Wachturm. Wachen können entweder auf Patrouille gehen oder die Grenze deines Gebiets erweitern. Das ist sehr wichtig. Wohin wollen wir denn erweitern? Ich würde hierhin erweitern wollen. Und irgendwie hierhin. Jetzt habe ich mir da natürlich zugebaut, ne? Ist clever gewesen. Machen wir mal so. Und gucken mal, wie weit das erweitert. Dann gucken wir mal zu, wie die arbeiten. Oh, das sieht gut aus. Ist natürlich jetzt sehr langsam, aber es ist okay. Genießen wir kurz den Anblick, während ich mir die Nase putze. Ich sehe gerade hier oben. Man kann es natürlich priorisieren. Und Gebäude aktiviert. Okay. 53 Prozent. Wird gebaut. Personal auf dem Weg. Macht Produkte. Nadelholzbalken. Laubholzbrett. Und Feuerholz. Cool. Ich glaube, Feuerholz brauchten wir früher nicht. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube, das ist neu. Aber ich freue mich so. Also ich habe ja das von Ubisoft auch in der Demo gespielt. Das ist dann eher so Strategie-mäßig geworden. Und hat mich... Also es war okay, aber es war kein Siedler. Hätten sie es nicht Siedler genannt, sondern einfach als Spiel rausgebracht. Da hätte sich keiner beschwert. Aber das hier ist natürlich, ne? Also es ist einfach modern geworden, ne? Das ist halt der Stil, der mittlerweile für solche Spiele da ist. Und ich finde, das treffen sie sehr, sehr gut. Jetzt gucken wir einmal. Wartet auf Material. Es sind drei Sägewerkmitarbeiter. Ich kann aktuell nicht bestimmen, wie viele hier arbeiten sollen. Es sind einfach drei zugeordnet worden. Baustellenträger. Planiererin. Zimmerer. Wacher. Handwerker. Schmelzer. Minenarbeiter. Roviantmacher. Koch. Farmer. Ähm... Münzpräger. Okay, also diese Kleinen scheinen irgendwie keine besondere Wichtigkeit zu haben. Ähm... Okay. Wir werden gleich auf jeden Fall auch eine Forsthütte bauen müssen. Wir haben hier rechts neue Ziele bekommen, hier oben. Ähm... Nahrung, Jagdhütte bauen und Wohnhäuser bauen. Äh... Baue drei kleine Wohnhäuser als Unterkunft für deine Träger und als sicherer Wohnort für Neugeborene. Dort täglich platziert bedeuten Wohnhäuser kürzere Laufwege zu neuen Aufträgen für die Träger, die dort leben. Okay, das ist eine gute Info. Äh... Nah einer Gegend mit wilden Tieren. Also hier ist ein wildes Tier, da ist ein wildes Tier. Ähm... Reißen wir diesen Wald ja gleich ab. Ich würde es vermutlich hier hinsetzen wollen. Gucken wir mal eben. Sammlerhütte, Jagdhütte. Die Sammlerhütte ist auch neu. Die gab es früher nicht. Ähm... Weiß nicht, ob da clever ist. Ich weiß es einfach nicht. So. Haben wir das? Könnte man hier so einen... Rundweg machen. Ah, warte mal, vielleicht kann ich hier noch ein Haus hinsetzen gleich. Laubholz, drei Laubhäuser, okay. Ja, was brauchen wir noch? Wohnhäuser. Ich bin eigentlich immer so ein Fan von Siedlungen zu bauen. Jetzt haben die mal was von strategisch gesagt. Also ich würde die Wohnhäuser ein bisschen verteilen. Bevölkerung und Mahlzeiten. Kleines Wohnhaus. Proviantmacher. Stellen Rationen für Entdecker und Schatzjäger her. Marktbrunnen, Marktstand. Und wir werden einen Markt bauen müssen. Cool. Taverne, Esstisch. Träger setzen sich hier hin, um Genussmahlzeiten zu essen. Wie süß! So. Das heißt, wir könnten hier eins hinsetzen. Dann setzen wir... Genau, einfach ein Netz daneben. Und machen wir... Setzen wir mal direkt dran. Ah, okay. Jetzt zeigt auch direkt an, dass man... Also bis wohin man gehen kann. Das finde ich schon mal schön. So, hier sind noch keine... Da... Wir sind zehn Personal unterwegs. Gucken wir mal, wie viel Land wir dazu bekommen. Äh, hallo? Hallo? Nimmt Land ein. Okay, das heißt, die... Okay, wie machen die das denn? Dass sie jetzt noch aktiv unterwegs sind, habe ich jetzt nicht erwartet tatsächlich. Okay, okay. Die versetzen also die Grenzsteine. Das ist cool. Früher ist es ja so, die haben das Gebäude besetzt und dann hat die Linie sich einfach versetzt. Jetzt müssen die tatsächlich... Arbeiten. Das finde ich gut. Entschleunigt das Ganze nochmal ein bisschen. Äh, und ist natürlich realistischer, ne? Dass sie erstmal losziehen müssen, Land entdecken und einnehmen müssen. Also von wegen, ah, ich nehme mal den Grenzstein mit. Gucke mal, wie weit wir kommen. Gehen wir mal 20 Meter weiter und setzen den. So. Ähm, Entdeckerposten bauen. Habe ich noch nicht gemacht. Wachtürme bauen. Forstschütte bauen. Die werden wir relativ dringend brauchen. Ich würde die auch hier hinsetzen. Geht die hier rein? Ne, aber hier. Dass wir hier Wald behalten, denke ich mal, oder? Oder halt hier. Hm. Ach, ich sehe auch direkt den Bereich, den der bepflanzt. Dann würde ich ihn, kriege ich ihn hier irgendwie reingequetscht. Ne. Wenn ich ihn hier hinsetze. Wisst ihr was? Ich mache den hier hin. Neben den Jäger. Ist die Wahrscheinlichkeit auf wilde Tiere am höchsten. Und so ein, so ein Holzfäller. Können wir mit Sicherheit, äh, noch umsetzen. Aber es ist auch noch in seinem Bereich mit drin. Werden wir später eh mehr brauchen. Aber erstmal für den Anfang. So, die Wohnhäuser werden gebaut. Stein wird gebraucht. Wir brauchen noch den Entdeckerposten. Entdeckerposten. Achso, warte mal. Was kann der denn? Zuhause von Entdeckern, die mit Ration auf Reisen gehen, um ein unbekanntes Gebiet zu entdecken. Okay, also sie müssen nicht zwingend an der Grenze sein. Ähm. Wird sie trotzdem irgendwie hier hinsetzen wollen. Die machen ja hier gleich noch die Bäume, aber das sind Büsche. Da könnten Himbeeren dran sein. Hm. Ja. Hm. Also es ist schon, ich finde es cool. Es macht mir sehr, sehr Spaß. Aber es ist natürlich noch, ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn es fertig ist. Wir spielen ja jetzt eine Vor-Early-Access-Version. Und wie dann mal das fertige Spiel aussehen wird. Und was ja noch bis zu Early-Access tun wird. Jetzt setzen wir ihn einfach hier hinten hin. Setzen wir ihn so hin, dass wir theoretisch noch Fischerhütten hinsetzen können. So. Dann setzen wir einen Weg. Machen wir das so, dann können wir theoretisch nämlich hier gleich noch Fischerhütten hinsetzen. Das fände ich sehr gut. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir haben 84 Holz. Wir haben 10 Nadelholzbalken und Bretter. Was kostet uns denn, wenn wir sowas bauen? Kostet 4 Nadelholz Stamm. Äh. Kostet Nadelholz Stamm. Stein. Okay. Die werden alle aus Stämmen gebaut. Okay. Alles klar. Und dann baue ich jetzt nochmal eine zweite Holzfahlerhütte. Okay, guck mal hier. Äh. Minimap-Steuerung. Rein und heraus zoomen. Okay. Äh. Wir haben hier neue Aufträge. Wir sollen noch einen weiteren Wachtturm bauen. Den hatten wir eh noch nicht gemacht. Zweiten Steinmaps. Einen zweiten Steinbruch. Äh. Wir sollen einen Brunnen bauen. Sammlerhütte und Proviantmacher bauen. Cool. Sehr cool. So. Unsere Grenze wird hier immer noch erweitert. Das heißt, wir sind jetzt wirklich hier oben hingegangen. Hier wird Erz sein. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ähm. Ich würde mit dem zweiten Wachtturm, den würde ich tatsächlich mal hier in die Ecke setzen. Oder? Hier. Ah. Ich setze ihn hier hin. Erstmal hier hin. Ich glaube, das ist das Richtige. Also, dann gehen wir mal durch. Entdeckerposten wird gebaut. Wir sollen noch einen Steinbruch und auch einen Steinmetz bauen. Bis wohin geht denn jetzt unsere hier Grenze? Hier. Okay. Hätten wir jetzt natürlich auch hier hinsetzen können, ne? Äh. Wir brauchen einen Brunnen. Fangen wir mal damit vielleicht an. Jagd-Hütte, Gemüse-Farm, Getreide-Farm, ein Brunnen. Oh, Getreide-Farm. Das sieht gut aus. Ähm. Klar, dass er da nicht in die Ecke passt. Aber man könnte ihn natürlich hier an die Kreuzung setzen, ne? Dann kommen alle irgendwie dran. Ja, lassen wir erstmal so. Wir brauchen eine Sammlerhütte und einen Proviantmacher. Okay. Ähm. Sammlerhütte. Seht ihr, wie groß der Umkreis von denen ist? Das ist mega. Und das ist richtig, richtig gut. Ähm. Würde ich aber in zweiter Reihe bauen. Muss nicht direkt am Weg sein für mich. Oh, zwei Büsche sind weg. Schade. Sehr schade. Das habe ich nicht erwartet. So. Ähm. Sammlerhütte. Proviantmacher. Gemüse-Farm, Getreide-Farm. Kleines Wohnhaus. Proviantmacher. Stell eine Ration für Entdecker und Schatzjäger her. Brot. Benötigt Brot, Feuerholz, Wildschirmfleisch, Rehfleisch, Hasenfleisch. Stellt her Ration. Waren wir direkt an den Brunnen dran. Okay. Wird gebaut. Taverne bauen, Esstische bauen. Okay. Wenn wir jetzt überlegen, dass wir hier irgendwie die ganzen Wohnhäuser hinbauen, würde ich in der Gegend auch gerne die Taverne haben wollen. Äh. Vier Nadelholzbalken und Werkstein. Haben wir Werkstein? Wir haben zwölf Werksteine. Wir brauchen zwölf Werksteine. Was ein Zufall. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Und dann könnten wir diese Esstische, nämlich hier hinstellen. Oh, guck mal, wie süß das ist. Kräger setzen sich hierhin, um Genussmahlzeiten einzunehmen. Das ist wirklich süß. Müssen die echt immer am Weg sein? Das wäre ja schade. Hat keinen Weg. Zeigt direkt Meldung an. Alarm, Alarm. Wenn ich nicht direkt daneben setze. Oh, come on. Gucken wir mal, ob wir hier einen Weg dahin bekommen. Na gut. Also ich finde, sie bauen unglaublich schnell. Ich finde, es sieht unfassbar toll aus. Auch, dass man hier denen so bei der Arbeit zugucken kann. Ist ja für mich etwas, was ich absolut liebe. Kann ich die anklicken? Kann ich nicht. Du bist, äh, pflanzt Nadelholzsetzung. Ah, okay. Jetzt haben wir hier den, äh, kann ich sein, sein Gebiet machen? Äh, setze den Fokuspunkt. Sehr gut. Genau das, was ich hören wollte. Dahin. Dass der hier nicht so viel baut, sondern hier das Buch hinten lässt. Das ist natürlich super sweet. Sehr, sehr gut. Ähm, jetzt wollte ich einmal nach Nahrung gucken. Äh, kein Hasenfleisch, keine Himbeeren. Sammleiter wird gerade auch erst gemacht. Wir haben 60 Rationen und 18 Wasser. Okay. Es läuft, würde ich sagen. Wir brauchen noch ein Gildenhaus. Aber das ist genau dieser Wuselfaktor, ne? Das ist, das ist für mich Siedler. Das ist für mich tatsächlich Siedler einfach neu gemacht. Ähm, Taverne. Verarbeitung. Weberei. Münzprägerei. Und Gildenhaus. Bildet Arbeiter aus, indem sie mit Werkzeug ausgestattet werden. Wir haben aber keinen Werkstein mehr. Kann der das herstellen? Produkte. Grenzstein und Werkstein. Okay. Ähm, das heißt, das kommt auf jeden Fall nach. Okay. Äh, wo war das jetzt? Hier? Hier? Ähm. Das kann für mich, von mir aus, ganz hier vorne sein, weil das ist nicht so wichtig. Weil es kann sogar in zweiter Reihe sein. Das ist für mich wirklich ein super unwichtiges, also ein wichtiges Haus, aber es muss halt nicht, in der ersten Reihe sein, am Weg. Ist da wie Schmein? Ich hab so Sachen, die ich gerne an der Hauptstraße habe und es gibt Sachen, die müssen halt nicht an die Hauptstraße. Ach, komm. Nö, dann will ich nicht. Ah, das nimmt so viel Weg weg. Aber dass der anzeigt, was dann noch gebaut werden kann, finde ich mega. Finde ich wirklich gut. Das ist was, was ich sehr mag. Das mit den Tischen finde ich so toll. Ich möchte das wirklich sehen, wie die da gleich sitzen und dann ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Aber wie gesagt, die Musik ist für mich halt auch absolut Siedler, ne? Das ist genau das, was ich mit dem Spiel verbinde. Ach, dieses Spiel wird mich Stunden meines Lebens kosten. Kopfleistenkonfiguration. Du kannst anpassen, welche Information du in der Kopfleiste anzeigen möchtest. Konfiguration für Kategorie öffnen, alle auswählen, die angezeigt werden sollen. Ah, wie cool. Ich kann jetzt hier zum Beispiel anmachen. Perfekt. Also, ne, ich kann jetzt hier zum Beispiel, dann zeigt er mir das nicht an, welche Häuser das sind. Oder eben doch. Cool. Sehr cool. Ist ne Kleinigkeit, aber ich glaube später im Spiel total geil, wenn du weißt, du brauchst so wichtige Sachen, geht dir einfach ne zweite Reihe auf und dann wird dir alles angezeigt. Wir haben jetzt Kalkstein und Zement noch gar nicht, brauchen sie uns nicht anzeigen. Finde ich richtig, richtig gut. So. Ähm. Hier wird auch weitergesetzt. Sehr gut. Ähm. Hier ist jetzt... Okay. Wir können hier hinten nochmal einen Stein mit hinsetzen. Holzfäller, Sägewerk, Forsthaus, Steinbruch. Kann ich da nicht hinsetzen. Das ist sehr schade. Ähm. Machen wir aber trotzdem. Irgendwie hier so. Wir brauchen ja noch einen Weg, ne? Und einen Steinmetz. Äh. Entschuldigung, wir brauchen hier Platz. Da krieg ich von da überhaupt einen Weg hier irgendwie hin. Ja, hier hin. Perfekt. Dann warten wir noch ein bisschen abgeholzt ist. Ähm. Und dann klappt das schon. Ähm. Ähm. Ah, wir haben ja neue Sachen bekommen. Wir sollen eine Holzwerkstatt bauen. Steinbruch, Steinmetz, Steinmühle, Baustellencamp. Wenn sie auf eine Aufgabe warten. Holzwerkstatt. Holzwerkstatt. Kann hier sein? Weberei, Münzprägerei. Holzfällerhütte, Sägewerk. Forsthaus, Steinbruch, Steinmetz. Hm. Wo ist es denn? Brunnen, Findenmühle, Bäckerei. Kleines Wohnhaus, Proviantmacher, Marktbrunnen, Marktstand, Taverne, haben wir. Kupfertagebau, Kohle, Eisen, Schmelzhütte, Weberei, Bildenhaus, Werkzeugschmiede, Holzwerkstatt. Holzarbeiter stellen einfache Waffen und Werkzeuge. Ah, okay. Ähm, kann für mich auch in zweiter Reihe sein oder halt hier unten irgendwo. Ähm. Setzen wir mal hier hin. So, Holzwerkstatt erledigt. Wir brauchen zwei Holzfällerhütten. Kein Problem. Ähm. Setzen wir mal hier hinten hin. Hoffe ich. Okay, da ist es uneben. Ähm. Ähm. Ich möchte halt nicht, dass hier die ganzen Büsche verloren gehen, wisst ihr? Ah, das sind, glaube ich, nur Bäume. Dann machen wir eine Holzfällerhütte dahin. So. Und wir müssen noch eine irgendwo hinbauen. Hier geht es. Oben auf dem Berg, das finde ich schön. bin ich mir gespannt, wie er mir den Weg anzeigt. Geht nicht. Man ist hier gefangen. Dann können wir es direkt abreißen. Ähm, dann warte ich mit dem Holzfäller mal eben, bis wir hinten irgendwo Platz finden. Steinbruch wird gebaut, Holzfäller wird gebaut, Gemüsefarm bauen. Dann war ja hier noch ein bisschen Platz, ne? Getreidefarm, Gemüsefarm. Machen wir mal hier. Und dann Farmland bauen, 15. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, wölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Das ist cool. Kann man frei bauen. Gefällt mir. Das mag ich wirklich sehr gerne. Das mag ich wirklich, wirklich gerne. Das ist eine coole Sache. So, und eine Werkzeugschmiede brauchen. Schmelzhütte. Kriegen wir denn eine Werkzeugschmiede her? Verschiedene Werkzeuge für den Handwerker herzuhören. Du kannst mal eine bestimmte Werkzeuge bestellen. Lager, Schatzkammer, Holzwerkstatt, Waffenschmiede, Werkzeugschmiede. Benötigt Laubholz, Kohle, Kupfer und Eisenbarren. Wo soll ich das denn herkriegen? Na gut, gucken wir mal. Dann haben wir alles, ne? Marktbrunnen bauen und Marktstände bauen. Mein Gott. Wo soll das denn alles hin? Ich würde das gerne hier in die Mitte bauen. Dafür muss dieses Holz einmal weg. Herr Förster, Sie müssen einmal aufhören, hier hin zu bauen. Ich brauche hier Platz. Der Holzfäller fällt alle Bäume entfernt bald schneller, weil kleinere Bäume kleinere Ströchen hinterlassen. Hä? Ach so. Ich verstehe. Der macht auch die kleinen Bäume weg. Ja, arbeite mal hier, genau. Das finde ich ganz cool. Dass wir hier die Bäume wegbekommen, dann können wir da gleich den Marktstand hinbauen. Also wir haben 72 Holz, das sieht gut aus. Nadelholzbalken sieht gut aus, die Bretter sieht gut aus, Stein sieht gut aus, Grenzstein sieht gut aus. Kupfer und sowas haben wir alles noch ein bisschen da. Rationen haben wir auch da, das ist erstmal okay. Guck mal. Ist sie da am Waschen? Es sieht aus, als würde sie Wäsche waschen. Aber sie hat... Okay. Okay. Hallo, arbeiten. Output-Stapel voll, sammelt. Aha, aha, aha. Sammle eigentlich... Okay, was machen wir denn, wenn das voll ist? Dann kommen die Träger und holen es ab. Alles klar, okay. Der Winken ist schon, hallo, hallo, hallo. Jaja, ich verstehe, ich verstehe. Dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier, wie gesagt, die Marktstände machen. So. Marktbrunnen, Werkzeugschmiede läuft, Gemüsefarben ist auch im Gange, Steinmetz... Müssen wir gleich mal gucken. Und doch ein Holzfäller war das, ne? Ah, jetzt können wir ihn hier hinbauen vielleicht. So, Holzfäller, dann brauchen wir noch einen Weg. Ich glaube, hier kommen wir nicht durch. Okay, so geht's. Dann haben wir die Holzfäller schon mal fertig. Einen Steinmetz brauchen wir noch. Wo war der denn? Aber auch so groß, ne? Ah, der kann hier hinten noch hin. Perfekt. Machen wir mal so. Gucken, ob wir den Weg da hinbekommen. Yes. Sehr gut. Ich finde es schön, dass die Ziele sich hier aktualisieren und auch zeigt, ne? Hier ist im Bau. Finde ich gut, gefällt mir. Mag die Anzeige hier. Die Map finde ich jetzt nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Aber wer weiß, was da noch kommt, ne? Da muss man mal warten. Mega. Richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Gefällt mir. Ich werde hier einen ganz kleinen Cut in der Aufnahme machen. Denn ein 2-Stunden-Video, 3-Stunden-Video guckt sich keiner an. Wir haben jetzt ca. 40 Minuten einen ersten Eindruck. Und wer mehr sehen möchte, schaut euch einfach das nächste Video an. Da geht's dann weiter. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles, äh, ganz, ganz toller Anfang. Macht mir sehr, sehr Hoffnung, dass es halt wie Siedler ist, nur, ja, neu und schön. Und es macht mir wirklich Freude auf den Early Access. Wenn ihr selber Bock habt, das zu spielen, ich glaube, diese und nächste Woche kann man es spielen. Ich lade euch, äh, den Link hoch. Guckt da einfach in die Beschreibung. Ähm, dann könnt ihr die Demo selber auch gerne antesten. Und die haben hier Blumen. Sehr schön. Ähm, ja, und wer sich für mehr interessiert, der kann gerne den zweiten Teil schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, denkt daran, das Ganze ist ein Steady-Projekt. Wenn ihr Bock habt und sowas öfter sehen wollt, dann denkt gerne über eine Mitgliedschaft nach. Dann kann ich das Ganze nämlich auch mehr verwirklichen. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge.